Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon GO, wieder mal auf dem Klo, denn es ist früh, kurz nach 7, dann wacht man auf, man hat das neue Update, ist ja schon da gewesen, gestern Abend. Aber jetzt habt ihr auch eine Ingame-Benachrichtigung bekommen, ich weiß nicht ob alle, man sollte ja Level 40 ja, sollen das ja zuerst bekommen und so weiter. Ich habe aber gehört, bei anderen Level 37 ist das auch schon da, da weiß ich es ganz sicher, jetzt live, zeige in Trainerkämpfen in Pokémon GO, was in dir steckt. Bla 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 bla, jetzt steht natürlich nochmal alles da, ja, den Text kennen wir ja eigentlich schon, wir wollen jetzt mal rüberschauen, denn wir haben schon gleich Nachrichtigungen bekommen, dass jemand kämpfen möchte. Boom, wer kann es denn anderes sein als Crazy O, der schon seit 10 Jahren darauf wartet, dass das PvP endlich kommt, damit er endlich mal kämpfen kann, das ist ja sein Traum, seit Tag 1. Da oben geht auch noch ein Raid auf, okay, tschüss Crazy O, ich muss zum Raid. Nein, wir drücken mal auf, ich nehme an und schauen mal, was passiert, okay, ich nehme einfach nochmal an. Boom, Superliga, die Sau, empfohlen. Er möchte also in der Superliga mit einem kämpfen, bis 1500 und jetzt werden wir uns noch schnell ein paar Pokémon rauswühlen und schauen, was wir da am besten machen. Ich gehe mal auf WP sortiert und dann schauen wir mal, nehmen wir uns mal irgendein Team. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn, ich, es ist der erste Kampf jetzt überhaupt und ich habe keine Ahnung, was man da am besten nimmt. Wir nehmen mal ein fettes Labras, damit wird er sicherlich total überrannt werden. Ein Kapilz nehmen wir noch mit rein, das ist ja auch wie Machomai, sehr guter Angreifer, hoffe ich zumindest. Und dann überraschen wir ihn noch mit einem Tauchus. Nein, wir nehmen mal hier noch das 98%ige Kangama rein, mal gucken, wie er da drauf klarkommt. So, dieses Team verwenden ist natürlich eine interessante Zusammenstellung. Crazy O, einfach scharf, na bitteschön. Dann hoffe ich mal, geht es jetzt los. Da steht er auch schon und hat einen Hut auf, wie im richtigen Leben natürlich, genau das ist Crazy O. Also, und Labras, verdammte Scheiße, hätte ich lieber das Kapilz jetzt genommen, da hätte ich ordentlich was machen können. Weil Labras, ach Labras, Kapilz hat ja natürlich Kampfmoves, glaube ich, hoffe ich. Also entweder leckt es bei ihm komplett oder keine Ahnung. Auf jeden Fall zieht es bei mir überhaupt keinen Schaden ab, aber sein Balken geht einfach permanent runter. Oder es ist ein Anzeigefehler, weiß man auch nicht, so wie es jetzt aussieht, tut sich einfach überhaupt nichts auf seiner Seite. Hat auch schon ein Schild eingesetzt, wie man sieht. Und sein Relaxo ist tot und mein Labras hat immer noch volle Energie. Also das ist schon merkwürdig. Da kommt gleich sein Turtok rein. Oh, die Ladeattacke aufblustern und das knallen wir auch mal weg. Nicht so effektiv. Wer hätte das gedacht? Aber wir sind ja faul, deswegen hauen wir einfach weiter drauf. Einfach stur draufbechern. Irgendwas ist trotzdem nicht richtig, weil mein Labras hat immer noch volle Energie. Als würde er ja einfach gar nichts machen. Was natürlich nichts sein kann. Und dann powern wir wieder die Attacke auf. Setzen nochmal Blizzard ein. Da ist es auch schon gleich tot. Hm, komische Sache. Ja gut, wir schauen mal, wie es weitergeht. Das zweite ist auch weg. Was hat er noch am Start? Ein Despot da. Ein Despot da, da ist jetzt Eis. Keine Ahnung. Wir tippen einfach wieder mal drauf und knallen einfach wieder volle Bude rein. Boom! Das ist ja fast ein One-Hit gewesen. Wie Wham! One-Hit-Wonder. So, du hast gewonnen. 500 Staub. Ein Sinustein. Oh mein Gott, ich raste komplett aus. Und bei der Medaille natürlich die Bronze-Medaille eins von fünf. Wir warten mal kurz, bis das komische Auto draußen vorbei gefahren ist. Und da möchte ich euch mal zeigen, was er jetzt gesagt hat. Weil das eben wichtig ist. Ich mach's auch mal laut. Äh, sag mal, hab ich bei dir angegriffen? Es kam bei mir keine Reaktion. Das Einzige, wo eine Reaktion kam, war bei diesem Schild. Ansonsten hab ich wie blöd herumgedrückt. Es ist nichts passiert. Ich konnte nur die ganze Zeit sehen, wie mein Leben sinkt. Und ich eigentlich nur doof da stehe und du mich die ganze Zeit angreifst. Ja. Das ist jetzt nicht besonders repräsentativ. Oder das find ich auch noch ganz geil. Hör ich das auch nochmal an. Ich mein hier, wenn ich am Ende einfach mal verliere, es ist ja kein Weltuntergang, um Gottes Willen. Und du bist in Level 14er, wenn du dann besser drin bist, dann ist es halt so. Aber ich will dir wenigstens einen Kampf bieten. Ich will mich wenigstens wehren. Ich will dich einfach nur verstehen. Und zu gucken, wie ich kaputt gemacht werde und nichts machen kann. Ja, es ist also schon kacke, wirklich, dass jetzt einfach überhaupt nichts ging bei ihm. Wir haben jetzt gesagt, wir machen nochmal einen Kampf. Wir probieren es nochmal. Diesmal in der Hyperliga, also die nächst bessere, statt der Superliga. Deswegen hat er jetzt nochmal geschickt. Ich mach's mal kurz wieder ein Stück leiser, dass das nicht so reinknallt. Ich nehme an und wir schauen mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, ich nehm's nochmal an. Also, Hyperliga. Hey, bis 2500 und ja, zweimal Mewtwo. 24,99, das sieht schon gut aus. Aber, ich schau trotzdem nochmal rein, was es hier noch gibt. Donphan, Scaraborn, ein Latios, Brutalander. Damit überrasche ich ihn jetzt mal. Vielleicht soll ich auch das Mewtwo nicht als erstes reinnehmen. Das knallt sonst zu sehr. Warte mal, wir nehmen mal hier einen Scaraborn, dann Brutalander. Und hier, bam, mit dem Mewtwo. Da ficke ich ihn einfach weg. Aminakoy. Spaß, fertig. Wir schauen mal, ob das jetzt so passt. Schlechte EV, was geht ab. Wir gucken einfach mal, wie die Runde 2 aussieht. Beziehungsweise Runde 1 in der Hyperliga. Und ich hoffe, er bleibt stehen und ich kann gewinnen, Bruder. Ich hab doch sonst verdammt nochmal eins. Und ein Kampf-Pokémon gegen ein Kampf-Pokémon. Und ich greife an und es nimmt bei ihm ab. Aber ich sehe schon, bei mir nimmt es nicht ab. Also, es ist genau wieder der gleiche Fehler wie eben, meiner Meinung nach. Er kann im Prinzip wieder nichts machen. Und er hat also keine Chance. Er kann sein dämliches Schild einsetzen. Okay, wunderbar. Setz dein Schild ein, Bruder. Ich tippe die ganze Zeit da unten. Aber eigentlich ist es komplett egal, wo ihr drauf drückt. Ihr könnt drücken, wo ihr wollt. Das knallt einfach überall. Jetzt hat er extra mal das Pokémon gewechselt. Vielleicht auch, um zu schauen, ob es danach geht. Aber danach geht auch nichts, wie man sieht. Also, komische Sache. Keine Ahnung. PvP-Beste auf jeden Fall. PvP, äh, B. PvP. Darauf haben alle gewartet. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Habt ihr auch die Probleme? Habt ihr schon gekämpft? Schreibt es natürlich mal in die Kommentare. Sagt mal was dazu. Wie läuft das bei euch ab? Gibt es da Probleme? Gibt es keine Probleme? Knallt die Socken. Wollen wir auch mal das Pokémon wechseln? Wir haben ja bis jetzt noch nichts Großartiges gemacht. Deswegen würde ich sagen, überraschen wir ihn mal, wechseln hier mal und gehen mal auf das Bruderlander. Boom! Los, Bruderlander! Oh, du hast gewonnen. Ich glaube, da war die Zeit abgelaufen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Tausend, ähm, Sternenstaub und natürlich in der, wieder die Bronzemedaille angefangen, in der, äh, Hyperliga. Hier, Revanche. Na, wir lassen es uns erstmal so. Und wir schauen nochmal kurz bei ihm nach, was los war. Und wir hängen uns dann nochmal zurück. Also, die Stimmung könnte nicht besser sein. Wenn ihr mal kurz hier reinhört. Ey, was ist das für ein Scheiß? Vor allen Dingen so ein, zwei Attacken habe ich diesmal zwischendurch gemacht. Und dann ist wieder nichts passiert. Was ist das? Ne, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin nämlich blöd. Ich drück die ganze Zeit normal auf den Angriffsknopf. Also auf den, wo die Attack auch ist. Es passiert einfach nichts. Leck mich am Arsch. Ja, ich habe hier gerade nur die dumme Meldung. Gut gekämpft. Und dann 500 Sternenstaub. Wo ich mir dann so denke, leck mich am Arsch. Ja. Leck mich am Arsch. Aber wenigstens 500 Sternenstaub. Das ist doch eine coole Sache. Und wir schauen mal. Wo läuft der denn schon wieder rum? Crazy O möchte kämpfen. Denn der gibt einfach nicht auf. Nein, wir wollen natürlich nochmal kurz reinschauen. In die Meisterliga. Da noch einen Kampf machen. Nein, das Letterkinge werde ich nicht nehmen. Das ist nämlich der größte Rotz. Da werden wir uns nochmal drei Viecher auswählen. Dann nehmen wir mal das 100er Rai Quasa. Das 96er Gudrun. Und das 98er Kyogre. Bäm. Da hat er gleich die drei Homies vereint. Und schauen mal, ob es diesmal geht. Oder er wieder 500 Staub abgreift. Und vor allem, was es für Belohnungen gibt. Ob es da jetzt noch mehr gibt. Und was krass ist. Oh, Drache gegen Drache. Und zwei grüne auch noch. Das ist cool. Das sieht gut aus. Aber ich sehe schon, es tut sich wieder mal nichts bei ihm. Obwohl Glückwunsch natürlich für das coole grüne Dragoran. Scheinen die Dragoran immer eine coole Socke am Start. Das ist eigentlich eine coole Sache. Wie oft ich noch sagen kann, wie cool es ist. Aber wenn man da überrascht wird, was der Gegner einfach dafür satt in den Kampf schickt. Und er knallt immer sein hässliches Schild da rein. Alter, alter Schweizer. Los, Meftu. Du bist dran. Wudernfall. Ah. Und ich hasse das. Mit diesem Drecksbutton. Unerwehrt natürlich. Aber er kann ja eh nichts machen. Deswegen werden wir ihn ein bisschen kaputt hauen weiterhin. Ich sehe auch gar keine Anzeige, die abläuft. Irgendwie hieß es doch mal, dass es nach Zeit geht. Aber es ist gar kein Battle-Timer da. Gut, das werden wir noch zu knüppeln. Dann wechseln wir trotzdem mal Amado. Und nehmen mal hier unser Kyogre. Bäm. Kyogre. Was geht ab? Da kommen wir wahrscheinlich nicht mal zum Charge-Move, weil das vorher schon umkippt. Bäm. Das war es. Auch in der Meister-Liga. Kein Problem. Ohne Gegner. 500 Sternenstaub nochmal. Und auch da der Orden 1 von 5 von Bronze. Wie ich gesehen habe, müsst ihr ja 200 Kämpfe, glaube ich, gewinnen. Das war zumindest in der Super-Liga so. 10 Kämpfe, ne 5 Kämpfe, 50 Kämpfe und 200 Kämpfe. Und dann habt ihr sogar schon die Gold-Medaille. Müsst ihr also nicht bestreiten, sondern gewinnen. Gewinne 200 Kämpfe. Vielleicht ist es in der Meister-Liga anders. Vielleicht sind es da 1000. Weiß ich jetzt nicht. Obwohl, wir können ja einfach mal kurz reingucken. Gehen wir nämlich einfach mal schnell hier hin. Und dann sehen wir. 5, 50, 200, 5, 50, 200. Und hier auch 5, 50, 200. Genau. Also, 200 Kämpfe in jeder Liga für jede Gold-Medaille. Dann seid ihr bereit. Dann seid ihr der Beste. Und immer hoffen, dass der Gegner nichts machen kann. Denn so macht das am meisten Spaß natürlich. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Denn ich muss jetzt zum Raid. Und zu welchem. Ich gehe natürlich... Was will man denn mit dem Fünfer? Ich gehe natürlich zum Drift-Long und gönne mir das als Shiny. Weil das fehlt mir nämlich noch. Raichu habe ich schon. Übelst lange Folge heute wahrscheinlich. Aber Grüße nochmal an Crazy O. Danke für die Zeit. Danke für das Video. Danke fürs Verlieren. Danke für deine Sprach-Memos. Es hat mich köstlich amüsiert. Ich hoffe, das können wir öfters mal machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach. Peace out, vorhaut, euer Ramses.